Ooooooooooooh Adi zu, Leute, du kommst in einem neuen Video für Kleidung von der Abi Leute, wenn geht's gut? Mir geht's super gut, Leute, und zwar, Leute, wir müssen ein ärzthaftes Thema legen, Leute, und zwar, ihr wisst, ich gehöre zu Sokeliga dazu, und es gibt jemanden, ich würde nicht sagen, der war bei uns, den muss ich feuern. Ja, genau, und man ist natürlich der Chef von der Sokeliga, weil ich der Klassische bin, ganz, ganz einfache Sache, Leute. Und zwar, Leute, der ist zwar ein Wissenschaftler und hat, wer keine Ahnung, ein paar Ideen zu erfinden, aber keine klafft, Leute. Der ist eins gegen eins, ein Swessling, und sowas können wir nicht präsentieren lassen, ja? Jeder, sobald da irgendwas lauft, deswegen, da muss eine Balancewissen sein, und ihr wisst, wenn es Licht gibt, ja, die Sonne, dann wirft immer ein Sutton, wie ein Tullus-Sutton hier, ja? OP-Tullus-Sutton. Und dieser Sutton und Licht müsse eine Balance ergeben, ausgeglichen, und der Typ erfüllt das nicht. Deswegen, wir fahren zu dem nach Hause, müssen ihn leider kündigen, ja? Leute, deswegen, let's go. So, Leute, der ist jetzt hier, hier ist ein Haus, das hab ich dem mal gekauft gehabt, ja, damit er kein Smart Sproo ist. Der hat erst genau angefangen, als er bei uns drin war, wo ist der? So, wir parken in seiner Galase lang, das Haus bislang damit. Ei, 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 ich klingt dann wieder her. Äh, bist der Zaftlal? Da ist er doch. Äh, du! Ja, hallo, Tuan. Wir müssen mal ernst erzählen, wir gehen raus, komm mit. Ja, schauen Sie mal, was ich geholt hab. Hm, hast du alle immer in seine Sachen geklaut? Ja. Fällt mir für dick, aber... Wow. Schön, ne, ne? Ja, wir müssen mal was ledern. Ja. Und zwar, die Soken-Liga, in der du einen Platz drin hast. Ja. Du bist gefeuert. Warum bin ich gefeuert? Nur um eld zu sein. Jeder Soka hat seine Klafft, hm? Jeder hat etwas, womit er sich im Einzelkampf behaupten kann. Aber du, du bist ohne irgendwelche Hilfsmittel eine Small Spool. Ich brauche nichts außer Wandelmittel! Hm. Du siehst ja gerade auf, Mick. Du siehst gerade wirklich auf, Mick. Ah! 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 Deine komischen Party-Clicks, hm? Dein Feuerwerk-Spitz, den kannst du woanders machen. Du bist gefeuert. Haben wir uns verstanden? Du kannst mich nicht feuern. Ah! Du willst sehen, was du hast. Ja! Ah! 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 Und ich Сам Stones-Einstalo! Und ich klaut, Leute! Eieiei.. Weht ihr, was ich meine? Aber ich brauche keine Lberlaturbelä. Ich brauche keine Maschinen! Ich bin so oder so der Klasseste. Gääääääää!! Leute, um gehen permanent zu feiern, heute ist ein erfolgreicher Arbeitstag. Geben wir uns Einfach ein Auto kaufen. Ich will Geld ausgeben, hm? Und Eug dadurch bei aktierte, weil ihr seid klasse, Leute. Ihr seid ainda parallel. Aber nicht denen da! Ganz einfach alle Dinge. Oh, Verdammt. Ich sollte weniger liegen beim Auto fallen. Sie sollen helfen uns zu einem Auto,ب Custom labs zu machen. guardieren! So, Leute, wir gehen hier allein. Ich habe natürlich schon vorher alles gebuckt, dass ich mir eins losholen kann. Ich habe für das Teuerste schon mal gezahlt, wenn ich alles habe, wo ich andere lässt. So, wir gucken mal. Okay, der Verkäufer ist auch hier. Nee, alt, zu alt. Was soll das denn hier sein? Nee, nicht für mich. Hulk! Lauf damit, hier alles rumzusmeißen. Ich will jetzt zoppen gehen. Hulk, hör auf! Wo sind wir die kaputt? Hey, warte. Okay, halt. Du! Monique! Tu als Autos zerstören! Hallo! Du hast Autos zerstören? Warte mal ganz. Ey, ey, ey! Willst du auf mich losgehen? Warum wollte er auf mich losgehen? Tu als Tu es zerstören! Oh, du kleine Smiles-Bohr. Komm her! Komm her! Der will abhauen, ne? Klaue nicht noch eins gegen eins, du Smiles-Bohr! Verdammt. Ah! Ja! Ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Tu es zerstören! Komm her, eins gegen eins, oder bist du ein Memme? Ja! Er macht mich sauer, Leute. Er macht mich sauer. Ich glaube, wir müssen den wirklich aufhalten. Ah! Wo bist du? Tau, die Klinge! Tu es zerstören! Wo ist der hin, Leute? Tu es! Tu es! Nein! Der Ekelhafte! Komm her! Tu es zerstören! Blah! Okay, Leute. Tu es auf Mace Bank Tower! Mace Bank Towers? Okay, Leute. Er will das so haben. Dann, er lebt jetzt die wirkliche Klafft von Tu an! Hey, das meiste Luntering macht die kaputt. Ich sag dir. Dein Urluss ist Geschichte. Auftrag erledigt. Ah! Du, Small Spur. Sag mir, wer hat dich gesickt? Ah! Warte mal. Wo ist der hin, Leute? Wo bist du? Hike, sag mir, wer es war. Ich bin sauer. Nein! Dann wirst du draufgehen, mein Freund. Wie weiß. Auf Wiedersehen. Slug! Der Tausend! Sonnen! Leute, das ist der neue Slug der Tausend Sonnen. Er erzeugt eine Sonne. Und du, Hulk, wartet mal, Leute. Wer könnte einen Vorteil haben, wenn der Hulk dazu bringt, mich anzugreifen? Wer könnte so dumm sein, sich mit mir anzulegen? In so kurzer Zeit, da fallen mir jemand ein, der versucht hat, mich kaputt zu machen mit irgendwelchen Element-Funktionen, die aber nicht funktioniert haben. Und genau deswegen werde ich wohl mal kurz dem Wissenshafter-Ein-Besuch abstatten. Und ich kann mir vorstellen, wo der hingegangen ist, Leute. Wo geht ein Wissenshafter hin, der Angst um sein Leben hat? Genau, er sucht nach anderen Wissenshaftern, um eine neue Erfindung zu machen. Er muss bei Oman Labs sein. Okay, wir gehen dort mal hin. Heute, wir sind gleich mal hier bei Oman Labs. Und dort werden wir den dann zerstören, dieser leckige Smile-Spur. Denkt er, wer der ist, dass er sich mit mir anlegen will? Fahr mal kurz rüber hier, Leute. Hier müsste Oman Labs sein. Müssen wir irgendwie hier lang gehen, Leute. Der wird sein blaues Wunder erleben. Hat er legal Nummer eins geblocken, Leute, sich mit One anzulegen? Wir gucken mal, wo der ist. Wissenshafter. Na, 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 Twan ist da. Lass uns spielen. Hä? Heik auf mich loszicken. Hast du nichts Besseres zu tun, oder was? Hast du nichts Besseres vor? Ich glaube, du brauchst eine kleine Ableibung hier von Twan höchstpersönlich. Kein Problem, hä? Zumal hat er tausend Sonne geflessen. Ich sag dir, danach wird er nie wieder nachtfällig sein. Nie wieder nachtfällig, wenn ich mit dir fertig bin. Hier ist der Nick, Leute. Der muss was eigentlich ganz hinterher sein. Check, check, Twan. Sie haben keine Chance, das Gebäude ist vom Stern. Check, check. Ach, kommt hier irgendwer jetzt, warte mal, hier hängt ein Zettel. Bin zu lange weg, Twan. Ah, der Wissenschaftler will spielen. Er will mit Twan spielen, hä? Denkt er, der kann mich hier in eine Falle locken. Dass die Polizei mich aufhalten kann. Ja! Ja! Hallo! Liebe Officers! Ah, guck mal, wie die sich kenntun wollen. Geben sie auf, geben sie auf. Ja? Ich soll aufgeben? Ja! Let's go! Lasst uns Spaß haben! Ja! Hä? Ja! Leute, seht ihr das? Oh, ich kann auch mit Waffen ziehen, aber Waffen sind was für Smalls Bullen! Ja! Willst du auch haben? Ja! Leute, mit meinen neuen, eingeweihten Sonnenhänden kann ich einfach so alle kaputt hauen. Ja! Ja! Ihr denkt wirklich, ihr könnt euch hinter Autos fast netten? Oh, Leute, guck mal, guck mal, ob ich den hier so... Ja! Ja! Ich spiel Fußball mit den Jungs einfach! Gut. Ja! Oh, wird sich hin. Guck mal, Leute, ihr geht in Deckung. Hier in Deckung gehen! Okay, okay. Hey, alles gut? Mein... Pff, pf, 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 clean! So! Und so! Und dann... Du klickst eine und... Du klickst jetzt auch eine! Ja! Ausgeschaltet. Oh, ihr Lieben, noch ein paar Leute. Aber gut, ihr wollt den lustigen Ton haben? Könnt ihr haben. So! Perfekt, Leute. So, haben wir das weggehauen. So, die haben wir ja auch mal ganz kurz weg hier. Spürt mal einen Minigun! Ja! So, oh, die Helikopter wollen auch Ärger haben. Kein Problem. Helikopter, fliegt lieber weg! Fliegt lieber weg! Ja, okay, alle Einheiten, wir haben einen Rückzug. Alle Einheiten, Rückzug. Wir haben keine Chance. Okay, Leute, das war hier wohl nichts. Wollte mir wohl eine Falle stellen, aber... Oh Gott, Leute, hier oben. Keiner. So, kurz ausgestaltet die Polizistin. Mein Gott, dann, wie wirklich gesagt, die können sich mit mir anlegen. Mit Juan, dem Aller... Erksten? Was bist du jetzt? Bot, 24, Nachricht vom Wissenschaftler. Ah, hallo, Juan, hast du es wohl gegen die Polizei geschafft, ne? Er soll, das ist so flüssig. Wir sollten uns treffen. Wir treffen uns am Pier, beim Riesenrad. Jetzt. Können wir machen. Selbstzerstörung aktivieren. Selbstzerstörung in drei, zwei, eins. Boom. Hm, als Selbstzerstörung, Leute. Na gut. Aber, Leute. Wisst ihr was? Wir spielen das Spiel mal mit. Mit ein bisschen unterhalten, muss ich sagen. Die Polizei war ein gutes Morgens-Training, ha? Da muss ich nicht mehr zocken gehen. Mal gucken, was der Typ vorhat, Leute. Ich sag euch nur eins. Am Ende des Tages wird er unter meinem Sohn liegen sein. So war mein Name Twanist. Let's go. Okay, Leute. Am Pier am Riesenrad will sich treffen. Der Wissenshaftler Smile Spur. Ekelhaft. Smile Spur. Loser, Smile Spur. Kann ich oft genug Smile Spur sagen, Leute, bei so Leuten. Oh Gott, wieso muss ich natürlich... Engst den Weg hier auswählen mit meinem Tullus. Egal. So. Wo ist denn der? Hey, du hast du irgendwo ein Wissenshaftlage... Bleib stehen. Bleibst du. Turan, bleib da stehen, wo du stehst. Wer bist du denn? Also, entweder... Entweder du kommst jetzt runter und nimmst ein Slavs oder komm hoch. Das Haus von Max wird jetzt kaputt gehen in dieser Sekunde. Oder du wirst einen Tullus hier lassen und dich auf den Weg machen, ihn zu retten. Hast du gerade Max getlot? Oder sein Haus ist kaputt. Hulk, machst du... Warte. Hulk? Hulk? Lässt du den... Oh, warte mal. Lässt du den Tullus hier? Oh, die Reifen sind... Entschuldigung. Du kleiner, leckiger... Absi. Wenn bei Max nichts los ist, dann werde ich und deine Familie snappen. Und wenn du... Du wirst dafür, dass du Max los... Wirst du bissen! Leute, wir müssen schnell zu Max, Leute. SNAHL ZU MAX! Mit One Clifting! Was ist mit dir passiert, Hulk? Ja, am besten du... AY Auf Wiedersehen, Turan. Verdammt, Hayo. Aber mir tut alles weh, meine Leute. Was hat er mit dem Typen gemacht? Was hat er mit Hulk gemacht, dieser Wissenschaftler? Irgendwas läuft in ihr Komik, Leute. Verdammt, wir müssen gucken, dass wir die Wissenschaftler wissen. Und dann uns um den Halt kümmern. Dieses Mal mag ich ernst. Ich brauche nur ein Auto. Ich brauche den Auto, verdammt, nochmal. Los. Ich denke also wirklich, er hat eine Songs gegen mich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihm zu besser eine Erinnerung gehabt. Irgendwas hat ihm gegeben, dass er größer, stärker und laut wird. Aber laut steht ihm nicht. Wir hauen ihn wieder, glühen und glühen. Ja. Meine Lippen sind geblocken, aber nicht schlimm, Leute. Dann müssen wir irgendwie in den Wissenschaftler lang kommen. Ich muss auch erfahren, was er ihm gegeben hat. Dass der so offenbar so stark und komik wird. Aber nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. Okay, Leute. Als allererstes, wir müssen ein neues Auto holen. Mit dem Smart Sport Auto kann ich nicht viel machen. Nichts lieber einermaßen besser. Was macht Hulk da in so einem Auto? Leckig. Heike. Du verdammter, du dickiger. Steig aus. Jetzt wird es halt ernst zu machen, du Small Spur. Zeig, was du drauf hast. Er wird die ultimative Sonnenfaust kriegen. Okay, du denkst also, dass du mit der Zerstörung irgendwas machen kannst. Leute, volle Power. Slug der tausend Sonnen. Ja. Okay, Leute. Damit haben wir den Hulk erstmal weggehauen. Oh, guck mal, eine Zünglinie von Slug der tausend Sonnen, aber... Kein Auto mehr üblich hier. Dick mit irgendeinem Small Spur Auto. Oh, Small Spur Auto auch kaputt. Muss ich nächstes Small Spur Auto klauen, Leute. Aber kein Problem. Der Wissenshaftler. Der wird für seine Taten, Bösen, Disrespect and One zu zeigen. Also Bestäcker wählen. Kein Problem, Leute. Ich werde ihm zeigen, wilde Bosse. Verdammt nochmal. Dort ist der. Na, Wissenshaftler. Hä? Warum lehst du noch? Du hast dich mit dem Falzen angelehnt und weißt du was? Es ist Zeit für dein Ende. Ha! Verdammt nochmal. Du lebst noch, Hulk. Hast mein Meister getötet. Weißt du was? Das Ding ist, Hulk. Du zeigst mir deine Wale klafft. Ich zeig dir meine Wale klafft. Sonnen Gott. Fulg. 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 Deine komischen Fähigkeiten bringen dir nichts mehr. Vernehmt. Talar. Der Tausend. Untergehenden. Sonnen! Ha! Auf Wiedersehen. Leute. Die nächste Small Spur, die gedacht hat, dass sie sich mit uns anlegen kann. Ich leggele die Welt. Ich bin Tuan. Keiner legt sich mit mir an. Und je nach Leute werde ich das Video hiermit beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Glock aktivieren. Oder wollt ihr auch mit Tuan anlegen? Gah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah Vielen Dank.